Hallo meine Freunde der Ninjas und willkommen zu Let's Play Lego Ninjago Schatten des Ronin. Ich bin der Drachenbursch und ich grüße heute nämlich den Tom, den Simon, den Kami und auch noch den Newton. Und wir sind auf dem Weg zur nächsten Mission. Ich habe ehrlich gesagt keine... Oh, so kann man auch schießen. Interessant. Keine Ahnung, wo die gerade ist, die nächste Mission. Das war glaube ich unsere erste Mission. Okay, Giftmower waren wir schon. Skelettminen waren wir letztes Mal. Genau, jetzt habe ich es wieder raus. Und dann hier waren wir noch gar nicht in den Höhlen der Verzweiflung. Deswegen machen wir doch weiter. In den Höhlen der Verzweiflung, was müssen wir hier schaffen? Sammelgegenstände. Drei Feinde mit dem Erdbebenangriff müssen wir schaffen und einen Feind mit dem Felsen, den wir erschaffen haben. Okay, naja. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich denke mal schon. Macht aber auf jeden Fall noch Spaß, das Spiel. So, hier sehen wir es auch nochmal. Die Höhlen der Verzweiflung. Besiege drei Feinde mit dem Erdbebenangriffen und anschließend noch besiege einen Feind mit einem Felsen, den du erschaffen hast. Können wir Felsen erschaffen? Cole kann es wahrscheinlich. Schätze ich mal. Au! Ja, genau. Die Schlangen legen anscheinend nicht viel Wert auf Sicherheit in ihren Minen. Der hier würde dir zustimmen. Und wie? Na toll. Jetzt darf ich bis in alle Ewigkeit eine Wand anstarren. Uh, ist das eine Flechte? Cole? Ich kann sie fühlen. So nah. Okay. Kannst du bitte dein Schwert benutzen, um das Zahnrad zu fixieren, Kai? Äh, nochmal kurz. Können wir hier schon selbst den Felsen irgendwie? Ne, wir können höchstens in den Drehmodus gehen. Äh, ne. Wechsel will ich gerade nicht. Wobei, Cole ist glaube ich auch stark. Der kommt hier, kommen wir da mit rein? Nein, da kommen wir nicht rein. Kommen wir mit dir rein? Kai, kommst du da rein? Nein, auch nicht. Na, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als diesen Stein hier kaputt zu machen und anschließend das hier zu aktivieren. Einmal aktivieren bitte. Ah, ich muss glaube ich gedrückt halten, oder? Ah, ne, man muss mit L... Ah, es ist wieder ein paar Wochen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen ist das vielleicht nicht mehr... Muss ich mich da erst noch wieder dran gewöhnen. Was müssen wir hier machen? Spinjitsu müssen wir da glaube ich machen. Wollen wir kurz hier die beiden Sachen kaputt machen. Wie gesagt, jede Münze zählt. Guck mal da hinter. Na, ich glaube, das passt soweit. Äh, genau. Dann gehen wir hier nochmal drauf, machen nochmal Spinjitsu. Und drehen uns. Ich habe keine Ahnung, was wir da genau drehen, aber... Es sieht richtig aus, oder? Müssen wir vielleicht in die andere Richtung drehen? Keine Ahnung. Äh, in die Richtung, sagt das Spiel. Okay, dann drehen wir in die Richtung. Auch gut. Was passiert dann? Es dreht sich schneller. Es dreht sich noch schneller. Ich wechsle mal zu... Nein, ich wechsle schnell zu Cole. Einmal Cole bitte. Okay. Nochmal. Vielleicht haben wir das nicht richtig aktiviert gehabt. Vielleicht muss auch einer das hier machen. Und gleichzeitig muss dann noch der andere... Aber der andere muss dann gleichzeitig das hier machen. Ah. Das wäre natürlich jetzt prima, wenn man hier zusammenspielen könnte. Das Spiel zu zweit. Dann wird es natürlich funktionieren. Ah. Sie. Sie. Jawohl. Ah. So können wir zumindest das Felsen selber machen. Und Cole ist auch wieder endlich gut bewaffnet. Ich erinnere mich an alles. Ich erlebe alles noch einmal nur. Schneller. Gesichter. Orte. Kreaturen. Worte. Es klappt wirklich? Ja. Ich weiß zum Beispiel wieder, dass das Würgeboers sind. Was sind Würgeboers? Die Schlangen hinter dir. Das sind... Oh oh. Okay. Schauen wir mal, ob wir eine neue Fähigkeit haben. Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine neue Fähigkeit. Da können wir auch wieder was auskrammen. Ich glaube, das dauert hier ein bisschen, bis wir das immer machen. Jetzt geht ihr mal weg, ihr blöden Viecher. Oh, ich bin gestorben. Das wollte ich doch gar nicht. Hier tausend Münzen verlieren. Das kann ich hier eigentlich nicht zulassen. Schauen wir mal nochmal. Okay. Ah. Und schon haben wir den Felsen da. Genau. Und haben damit auch schon die erste von diesen Schlangen hier zerhauen. Was war nochmal die... Ah, lass mich durch. Das war nochmal die zweite Aufgabe. Aber das war auch irgendwas mit Erdbeben oder sowas. Äh, schauen wir nochmal hier kurz rein in die Aufgaben. Das zweite Besiege, drei Feinde mit Erdbebenangriffen. Kann ich so Erdbebenangriffe machen? Ah, das war ein Erdbebenangriff. Lassen wir mal... Ups, nochmal einen Erdbebenangriff, bitte. Genau. Sehr gut. Dann können wir jetzt auch die Angriffe hier wieder machen. Die normalen. Äh, hier kriegen wir noch eine Info, dass wir hier nicht rein können wahrscheinlich. Um schwere Felsbrunnen aus dem Boden zu gewinnen. Halt. Okay. Vielleicht geht das auch hier. Diesen vier Gegenpunkten. Nee, das geht nicht mit Coal. Oh, schade. Na, egal. So, nochmal eine andere Geschichte. Wo müssen wir jetzt hin? Beziehungsweise was müssen wir jetzt machen, nachdem wir hier die Schlangen besiegt haben? Ah, wir müssen das Ding wahrscheinlich aus dem Boden rausholen. Und jetzt können wir auch diese Wände kaputt machen, oder? Jetzt kann er doch... Nein. Ich wollte nämlich einmal den Stein rausholen aus dem Boden. Und den jetzt da direkt da reinschmeißen. Ja! Äh. Nein, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, wir sollen... Wir müssen ihn, wir müssen ihn schon werfen. Wenn, müssen wir ihn werfen. Also, nochmal Stein holen. Und werfen. Nein, nicht recht. Hä? Ich bin gerade noch etwas irritiert. Aber ich glaube, das muss man schon so machen. Da stand zumindest gerade, dass... Also, da steht auf jeden Fall... Ich soll Kreis drücken. Ah, ich muss es gedrückt halten, Kreis. Ah! So war das gemein. Haha. Manchmal etwas schwer vom Begriff. Warum sich auch lange den Kopf zerbrechen? Das ist Wahnsinn! Wir sollten als nächstes deine Fähigkeiten zurückholen. Ja. Ja, das sollten wir. Ja, die Ninja sind auf jeden Fall deutlich praktischer, wenn man... Wenn sie all ihre Fähigkeiten haben. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich übrigens jetzt immerhin schon die erste Staffel jetzt komplett geschaut. Aber wie gesagt, momentan ist ja auch noch Fibro, wo ich das hier... Äh, März. Jetzt ist es mittlerweile März, wo ich das Video hier aufnehme. Pass auf die Stacheln auf! Ach, komm, da sind wir doch wunderbar vorbei an den Stacheln. Wollen wir mal einmal... Aua. Wollen wir mal durch hier. Ja, noch ein paar von unseren Cobra-Freunden. Sie kommen bestimmt von der Cobra-Cabana. Oh Gott, das hat mich schlecht. Ah. Hier nochmal ein paar Münzen einsammeln, die die anderen beiden immer schön mitnehmen. Okay. Das wiederum sieht nicht so einladen. Ach, dann ist es wahrscheinlich darüber. Und dann... Ah, schafft das? Wow, wir können aber weit springen. Oh, direkt auf Anhieb geschafft. Ich bin ja richtig stolz, wenn die runtergefallen sind. Das hätte auch anders ausgehen können. Diese grüne... Äh, diese lila Suppe da, die sieht nicht so besonders appetitlich aus. Nicht so, als sollte man da reinfallen. So, wir kommen auf jeden Fall den wahren Ninja schon etwas näher. Haben wir schon über die Hälfte oben aufgefüllt. Vom wahren Ninja. Ähm. Okay, hier kann man hoch. Ich weiß nicht genau, ob wir da hoch schon müssen. Oder ob das irgendein Bonus-Ziel ist. Oh, schauen wir mal. Da brauchen wir... Da brauchen wir unseren anderen Ninja-Kollegen, der noch auf der Seite ist. Oh, Kai, Mensch. Das geht auch schneller. Beziehungsweise hätte er da auch ruhig selber rüberspringen können. Hätte ich sehr begrüßt. Nein, Cole, jetzt nicht. Du auch schon wieder auf die... Oh, Cole, du blöd... Blöd Ninja. Ach, Mann. Da nehmen wir unsere ganzen Münzen hier. Mann, wieso ist denn Cole auch wieder zurückgekommen? Jetzt muss ich mit dem auch wieder hier rüber. Danach, wenn ich den auf der anderen Seite nochmal brauchen sollte. Oh. Dabei hat es hier doch so gut angefangen mit dem rüberhüpfen. Hier, Cole, kommt jetzt nicht von alleine rüber. Dann bin ich aber hier. Dann bin ich ja sauer. So, einmal hier hoch. Jetzt haben wir wenigstens den richtigen Ninja. Noch einmal aktivieren, bitte, mit dem Schwert. Und... Zack. Ah. Warst doch schon gerade eben schon drüben. Ach so. Ah. Ach so, das ist so eine Art Brücke. Ah, okay, ich verstehe. Okay, dann muss ich das da oben machen. Und während ich das gedrückt halte, muss ich dann wieder wechseln. Zu Cole rüber. Okay, okay. Jetzt ist er ja doch schon da. Hä? Zieh mal nach, ob du für mich einen Weg nach drüben finden kannst. Mach ich. Nein, Cole einmal runter hier. Da sollst du runter, wo auch immer das hinführt. Ah, dann kriegen wir nochmal einen Hinweis. Wahrscheinlich, wie wir Bodenplatten kaputt machen. Cole kann seine Kettereaktion nehmen. Wir haben jetzt einen Bodenangriff oder einen... Ah, okay. So, einmal. Ja. Wow. Der geht lang, der Kettereaktionangriff. Ich glaube, wir reißen hier gleich die ganze Höhle ein. Uh, gefährlich, gefährlich. Ah, aber da wirklich haben wir uns oben Plattformen erschaffen mit denen, über die wir dann rüber springen können. Hm, nicht schlecht. Okay, gut. Ja, dann müssen wir rüber. Das haben wir verstanden. Aber erst haben wir uns hier unten nochmal um. Vielleicht lohnt es sich auch nochmal ein zweites Mal, das zu machen. Er sagt nö, aber wir probieren es trotzdem nochmal. Ne, einmal reicht anscheinend. Auch gut, auch gut. Aber mich interessiert immer noch, wie wir an diese X-Fähigkeit rankommen. Ah, naja. Na ja, da werden wir auch noch eine Möglichkeit finden, an diese X-Fähigkeit ranzukommen. Ach komm. Machen wir einmal Ninja Go. Boah, das habe ich jetzt ein bisschen zu spät gesagt. Da waren sie alle schon. Ich gebe mal einen Wirbel drinne. Das müssen wir nochmal üben hier mit dem Timing. Aber das kriegen wir hin. Hier hinten ist doch bestimmt was versteckt, oder? Wenn man hier unten langläuft, muss man auch dafür belohnt werden. Und mehr als nur mit Münzen. Ah, ich glaube, ich glaube, da gibt es gleich was. Jawohl. Wir sind wahrer Ninja geworden. Okay. Ich glaube, sie wollen mir sagen, dass ich mit Kaida jetzt rüber marschieren soll. Jedenfalls sieht das so aus, aber wir gehen trotzdem... Aua. Was hat mich denn da gerade verletzt? War das die Flamme... Äh, die ist Feuer da gerade? Die Flamme hier? Keine Ahnung. So. Du hast genügend gezogen, Kai. Jetzt kannst du wieder nach unten. Und dich, äh, dem rüberhüpfen widmen. Zum Glück ist das nicht so schwer. Da ist die Chance relativ gering, dass man irgendwo reinfällt. Äh, dass auch wieder irgendwas, was wir nicht machen können. Oder, besser gesagt, noch nicht machen können, weil wir noch nicht die richtigen Charaktere haben. Aber der Zeitpunkt wird kommen, an dem wir die auch haben. So, hier noch ein paar Münzen einsammeln. Warum liegen da Münzen? Soll man da runter springen? Sieht mir aber nicht so aus, als sollte man da runter springen. Ich probiere es trotzdem mal aus. Okay. Hat keiner gesehen. Okay. Das wäre aktiviert. Das wäre auch aktiviert. Aber ich muss ja erstmal den Coal da hoch. Ah, wahrscheinlich kann ich den Aufzug jetzt benutzen. Damit kann ich dann den Coal nach oben holen, oder? Ja, oder ich kann mich selbst nach unten holen, aber nee. Ich glaube, wir haben mich den Coal dann mit dem Aufzug nach oben holen. Ich hoffe, ich zerquetsche ihn jetzt nicht, weil der stimmt eigentlich genau da unten, wo jetzt der Aufzug runter kommt. So, diese Drehplattform. Ach, da ist er auch schon. Wunderbar. Achso, jetzt müssen wir natürlich auch wieder in die andere Richtung. Na gut. Funktioniert hier nichts von automatisch. Muss man alles hier manuell machen. Aber auch das, wenn wir hin, daran soll es nicht scheitern. Hoffentlich wird uns jetzt nicht schlecht, wenn wir so viele Preise drehen. Aber die Ninjas sind ja eigentlich das Gewohnte, sich hier durchgehend irgendwie zu drehen. Durchzudrehen. Von daher soll das kein Problem sein. Ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwo eine Tür aufgeht. Aber in dem Fall geht keine Tür auf. Sondern wir müssen hier nach oben springen. Wunderschöne Aktion. Was gibt es denn hier noch Schönes zu sehen? Außer ein paar Steine, die von oben runterfallen. Nee, nee. Die stören überhaupt nicht, die Schlange. Mit denen wären wir fertig. Da haben wir schon ein Schlimmeres besiegen müssen. Machen wir die Dinger mal kaputt. Vielleicht kriegen wir da irgendwas raus. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, es wird wieder Zeit für ein bisschen Schwimmjitsu. Einmal alle einsammeln. Und dann gehen wir hier auf die andere Seite rüber. Ah, hier kriegen wir da noch irgendwie Hinweise. Hier haben wir die erstmal weg. Was gibt es denn hier für Hinweise? Drücke im Kolbenbohrstamm und so kleine Erdbeeren. Ja, das wissen wir, dass Kolbe zu Erdbeeren verursachen kann. Oh. Okay, die Feinde hätten wir schon mal besiegt. Das hätten wir geschafft. Scheiße, weil es sind die Platte. Ah, die Platte. Ah, das zerstört sich alles von alleine. Ja, wunderbar. Ah, manche Probleme erledigen sie halt anscheinend doch von selbst. Okay. Dann mal zusammenbauen, lieber Cole. Jetzt bist du wieder du gefragt. Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. Wir sammeln in der Zeit noch ein paar Münzen ein. Sehen wir jetzt ein paar Stats. Und dann gehen wir jetzt auch hier hin. Und lassen eine weitere Kettenreaktion los. Und können damit dann hoffentlich auch gleich ins nächste Gelieb, wenn ich das so gehört. Schauen wir mal, wen wir zuerst retten. Ist alles wieder beim Alten? Ich bin noch dabei, die Bruchstücke zusammenzufügen. Gut. Ich wollte dich nämlich was fragen. Ist Jay wirklich mit meiner Schwester zusammen? Äh, ja. Und ich war es auch, glaube ich. Was? Mann, das ist echt übel. Wieso? Also, ich weiß, dass ich euch alle eigentlich schon viele Jahre kenne, aber im Moment fühlt es sich nur wie ein paar Wochen an. Und? Na also, ich finde ihr seid beide ganz schöne Trottel. Hast du gehört, Jay? Für Kai bist du ein Trottel. Du auch. Vergiss das nicht. Haha, sehr witzig. Mir geht hier die Luft aus. Klingt, als hätte er noch genug. Ich hör dich. Okay, trete zurück. Ich bin noch am Ausprobieren. Hä? Ich hoffe nur, er begräbt uns nicht versehentlich unter Tonnen von Steinen. Wir müssen an deinen Gesprächsmanieren arbeiten. Er sagt halt, was er denkt, Mensch. Oh, ich habe sogar eine Trophäe bekommen. Ja, dann cool. Ja, wunderbar. Und wir haben alles geschafft. Ja, schön. Schön, schön. Alles geschafft, bis auf die Sammelgegenstände. Da gab es noch zwei. Gut, das eine war das X und das andere war am Anfang wahrscheinlich dieser Felsen, den wir hätte kaputt hauen müssen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ziemlich viel geschafft, womit ich ziemlich zufrieden bin eigentlich. Deswegen gehen wir auch direkt ins nächste Kapitel, oder? Machen wir doch. Schauen wir mal, was das ist. Ob wir unsere beiden anderen Freunde befreien können. Okay, wir sind erstmal wieder auf der Karte von der Ninjago-Insel. Da haben wir ja schon alles gefunden, nachdem ich mir da erst gar nicht so sicher war. Aber da habe ich anscheinend doch tatsächlich schon... Ich habe mir das Video nochmal angeschaut. Wir haben alles gefunden. Warum holen wir eigentlich als nächstes Kais-Obsidian-Waffe und nicht zum Beispiel meine? Die Gruppe hat in der Höhle der Verzweiflung abgestimmt und alle waren dafür. Daher? Wenn ich meine Erinnerung zurückbekomme, hoffe ich, dass da eine ganze Menge peinlicher Geschichten über euch zwei dabei sind. Na dann. Das Gute ist, jetzt wird mir auch angezeigt, wo ich hinfliegen muss. Okay, anscheinend nur, wenn man aus dem Spiel rausgeht. Also, wenn man im Spiel wieder reinkommt, wird er nicht angezeigt, wo man hin muss. Aber das ist nicht so dramatisch. Jetzt wissen wir ja hier, wo wir hin müssen. Nämlich zu Kapitel 4, das Obsidianschwert. Ähm, ja. Direkt hin. Da zögern wir nicht lange. Dann steigen direkt wieder ein in die Action, wie sich das gehört. Was müssen wir schaffen? Schaffe es durch den Feuertempel, ohne von den Flammen berührt zu werden. Oh, das klingt wieder gefährlich. Besiege drei von Runden Schläger mit Hilfe von Kais Feuerfähigkeit. Ah, das heißt, Kai bekommt seine Feuerfähigkeit wieder zurück. Immer diese Totenköpfe am Anfang hier. Wie die wohl auf den Namen Ninja-Feuertempel gekommen sind? Ja, es ist schon etwas schmorig. Meine Temperatur wird konstant auf 37 Grad Celsius gehalten. Oh Mann, ich wäre auch gern zur Hälfte Klimaanlage. Was ist mit Kai los? Wenn du dran bist, wirst du es verstehen. Keine Sorge, Bruder. Ich bin bei dir. Seltsam. Wie in einem Käsetraum. Nur, dass ich wach bin und ich kein Käse gegessen habe. Kai, Vorsicht! Oh oh. Und? Tada! Na dann, schauen wir mal, dass wir durch den Feuertempel durchkommen. Ohne geröstet zu werden. Ach, das sind diese schrecklichen Drangenstatuen, von denen die Rede war. Von denen wir uns nicht grillen lassen sollen. Was ist denn das hier eigentlich? Können wir da irgendwas machen? Vielleicht mal Cole drauf trampeln lassen. Wo ist denn Cole? Jetzt sind wir ja zumindest wieder alle vier. Sind wir wieder vereint. Ich glaube, da brauchen wir alles zu grün aus. Da brauchen wir wahrscheinlich Leute. Scheiße, ich einfach mal, dass uns da der grüne Ninja benötigt wird. Da irgendwie Feuer raus oder so. Ah ja, da kommt Feuer raus. Da kommt definitiv Feuer raus. Na dann, nix wie rüber und nicht vom Feuer erwischen lassen, würde ich sagen. So, einmal hier kaputt machen. Hier ist noch eine Brücke, aber die führt irgendwo hin, wo ich nicht hin will. Und da brauchen wir irgendeinen anderen. Nein! Nein, jetzt wurde ich vom Feuer erwischt, weil der gerade in dem Moment rüber läuft. Ach, das ist doch doof. Oh nee. Ah, ich hätte einfach den Ninja wechseln müssen. Ah, ich bin so blöd. Aber das, ich weiß nicht, ob das zählt. Ob das, war glaube ich kein Drachenfeuer. Aber wahrscheinlich schaffe ich jetzt die Mission deswegen trotzdem nicht. Ärgerlich. Ja, das kriegen wir hin. Denke ich. Ah ja, hiermit kriegen wir es doch hin. Ah, das war gerade eben. Ich hoffe, es zählt trotzdem noch. Weil das war ja nicht meine Schuld, dass ich da ins Feuer gekommen bin. Also, wenn der... Ja gut, es war meine Schuld. Ich hätte anders wechseln müssen, aber... Naja, naja. Da oben müssen wir auf jeden Fall hin. Auch dieser Feuertempel sieht schon cool aus hier. Ich bin immer noch sehr begeistert von der Abwechslung, die es hier gibt in dem Spiel. Äh, Feuerfähigkeit. Hast du schon wieder? Ne, hast du nicht wieder. Na gut, wir spielen trotzdem hier mit Kai ein bisschen, wenn wir schon seine Feuerfähigkeit brauchen. So, dann schauen sie alle weg. Aber das ist nicht das, was wir eigentlich machen sollen, was unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist es, unsere Fähigkeiten zurückzubekommen. Und das sollten wir hier auch irgendwie hinbekommen. Aber bevor wir das machen, holen wir uns hier noch die ein oder andere Sache. So, einmal darüber, einmal darüber. Ja, doch. Mit den Springen, das kriege ich mittlerweile ganz gut hin. Man muss auch nur in eine Richtung drücken. Also, man muss gar nicht eine Sprungtaste drücken. Man muss wirklich nur in die Richtung drücken, in die man springen will. Ja, war noch nicht ganz aufgeladen. Und weg mit ihnen. Das ist echt so krass, wie schnell man die Gegner hier besiegen kann. Aber das ist nicht schlecht. Also, ich finde das durchaus praktisch, wenn man hier mit Gegnern problemlos fertig wird. Also, Schwierigkeitsgrad mäßig ist das Spiel jetzt nicht sooo schwierig. Aber, ja, ich finde es schon ganz cool gemacht eigentlich. Also, auch gerade diese Zwischensequenzen und so, die sind schon teilweise deutlich besser als bei anderen Lego-Spielen. Äh, da brauchen wir Nia. Nia haben wir aber nicht dabei, oder? Nö. Hätte mich auch gewundert, wenn die jetzt plötzlich dabei wären. Dann wäre sie nämlich auch schon in Zwischensequenzen gesehen zu gewesen. Ich finde, dass die Zahnräder in eine bestimmte Position gebracht werden müssen. Aber ich weiß nicht genau, um welche. Äh, dann werden wir es versuchen herauszufinden. Das ist blau. Das sieht doch aus, als könnte hier... Nein. Das geht nicht. Da brauchen wir Zane. Ich kann die Zahnräder sehen, Jay. Ich sag dir, wenn du aufhören kannst, die zu drehen. Ah, okay. Zane hat natürlich hier den Durchblick. Durch seine Fähigkeiten. Ah, noch weiter drehen, noch weiter drehen, noch weiter drehen. Damit es das farblich passt. Ah, sehr gut. Na gut, dass wir hier zu viert sind. Sonst wäre es schwierig geworden. Also da jetzt ist der erste Sammelgegenstand, wissen wir jetzt auch schon, wo der ist. Da können wir zwar momentan nicht hin, weil wir da Nia brauchen. Aber wir wissen immerhin, wo der erste Sammelgegenstand ist. Und ich denke, beim zweiten Durchlauf, wenn wir da spielen, werden wir den auf jeden Fall problemlos bekommen. Dann im freien Spiel, wenn Nia auch mit dabei ist. So. Da können wir, glaube ich, nicht rein. Die können wir hier überall auch kaputt machen. Boah. Den einen oder anderen Start bringen sie ja. Von daher kann man das schon durchaus mal machen. Okay, damit machen wir vermutlich das Feuer aus, oder? Einmal drehen, einmal drehen. Ah. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.